Eine extra News, der Fußballverein US Palermo wird aufgelöst. Der Verein musste letztes Jahr von der Serie B in die Serie D zwangsabsteigen und wurde jetzt wegen Bilanzfälschungen und Misswirtschaft aufgelöst und ist offiziell kein Verein mehr in der 4. Liga Italiens. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fans oder die Leute, Gründer und so weiter den Verein vielleicht jetzt neu gründen und der darf vielleicht irgendwo noch starten. Ich weiß nicht, ob er komplett neu anfangen muss, aber Punkt jetzt. Der 18.10. ist der Fußballverein US Palermo offiziell aufgelöst.